In diesem Video geht es um Produktfotografie, um lebende Produktfotografie, um Fotos für Bekleidung, Webstore und Co. Um wirklich blütenreine Astreine Freisteller vor Weiß. Und da muss man vielleicht eine kleine Warnung vorweg schieben. Und zwar, natürlich ist das, was ich jetzt hier gerade zeige, der eigentliche Kernbereich der Produkt- oder der Werbefotografie. Ich persönlich bin der Meinung, dass man jetzt nicht daran festmachen kann, ob jemand sowas kann oder nicht kann, ob er Produktfotograf ist oder nicht. Ich glaube, da ist viel mehr involviert mit diesem Beruf. Allerdings möchte ich einfach auch ein bisschen vorwegnehmen, dass aktuell gerade sehr viele Leute auf Web, auf Online angewiesen sind. Und dass wir auch ein bisschen unterstützen wollen in dieser schweren Zeit, wo vielleicht kleine Firmen sich nicht in diesem Budget, in diesen Zeiten auch einen eigenen Fotografen leisten können. Ich glaube, was im nachfolgenden Video gezeigt wird, ist nicht eine Sache, die Fotografen arbeitslos macht, sondern ich glaube, ich möchte damit Leuten helfen, die vielleicht mit der Fotografie nicht so bewandert sind, aber trotzdem gute Fotos brauchen, um über die Runden zu kommen. Und gute Fotos sind ein Teil von gewerblichem tätigen Handeln. Also gute Fotos verkaufen besser, sonst gäbe es ja uns Fotografen nicht. Aber nichtsdestotrotz, mit ein paar einfachen Handgriffen kann man richtig schöne, saubere Freisteller machen. Und das sollte schon dem einen oder anderen weiterhelfen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem heutigen Video. Ich stehe jetzt hier vor einem weißen Papierhintergrund und das ist die Grundlage für das nachfolgende Video. Man braucht einen Hintergrund, den gibt es als Papierhintergrund bei Amazon in 2,70 Meter. Da gibt es auch so Wandhalterungen, die kann man einfach dann ausrollen. Wenn die Dreck ist, schneit man sie ab und wirft sie weg. Nicht gerade das Produktivste, deswegen haben wir auch Vinyl, beziehungsweise einen anderen Hintergrund. Aber man braucht eben weißes Papier als Hohlkehle, so nennt man das. Und als Grundlage darauf baut man dann hier das Licht auf. Jetzt gucken wir uns das Ganze in einer Skizze, in einer Vogelperspektive an. Wir haben den Hintergrund, dann haben wir die Kamera und dann platzieren wir eine Person, ein Model drin. Und diese Achse zwischen Modell und Kamera, das ist sozusagen die Kameraachse, nicht sozusagen. Das nenne ich immer die Kameraachse. Davon ist auch die nachfolgende Erklärung abhängig. So, jetzt wichtig. Ich versuche es so ein bisschen als Rezept zu formulieren, damit man es einfach relativ simpel nachmachen kann. Man hat das Modell oder die Person, die man fotografiert, möglichst einen Meter vom Hintergrund entfernt. Das ist so, man braucht ordentlich Platz, weil wenn man die Person zu nah an den Hintergrund packt, dann kriegt man kein Licht mehr dahinter. Und was wir machen wollen ist, mit diesen beiden Blitzen wollen wir Licht hinter das Modell oder die Person, die man fotografiert, werfen, sodass eben dieser Freisteller in weiß passiert. Bedeutet, wir gucken auf unsere Skizze, dort wo die Person steht, dort befindet sich auch die Höhe für diese beiden Lichter in den Hintergrund. Dafür empfehle ich möglichst große, hohe Striplights, so nennt man die Form. Also es gibt ja Softboxen in Okta, in Quadrat, in Rechteck und auch in Strip, was ja auch wieder ein Rechteck ist. Komisch. Aber das ist halt ein sehr längliches Rechteck, was dafür dient, dass wenn man schon eine Person stehen hat, man nicht irgendwie einen Spot hat und der nach außen hell wird, sondern dass man möglichst einheitlich gleich das Licht auf den Hintergrund wirft. Dann setze ich immer ein großes Hauptlicht, das ist das, was hier oben ist, das setze ich immer als akzentuierendes, als, ja, nennen wir es einfach mal Hauptlicht. Das gibt diesen Schattenwurf. Und vielleicht gucken wir uns neben der Skizze auch mal die fertigen Bilder an. Wenn ich jetzt hier die beiden Blitzer an der Seite anmache und nur diese anmache, dann bekomme ich eigentlich eine schwarze Silhouette. Wenn ich heller belichte, dann passiert folgendes, dass sich das Licht, was auf den Hintergrund trifft, zurückreflektiert wird und so ein bisschen um das Modell oder die Person, die man fotografiert, herumwirft. Ich finde es wunderschön, ich probiere das immer zu erzeugen. Wer das nicht möchte, der muss das Modell einfach nochmal weiter vom Hintergrund wegbewegen. Also auf zwei, drei Meter Entfernung kostet wieder ein bisschen mehr Platz, ein Raum, aber dann kriegt man hin, dass es wirklich eine schwarze Silhouette wird. Wenn jetzt dieses Hauptlicht dazu kommt, in dem Fall eine 1,50 Meter Octabox, dann bekomme ich eben eine Schattierung, eine Plastizität. Das ist bei Webshops und bei Stores und gerade im Onlinehandel super wichtig, dass man eine Plastizität erzeugt, weil sonst wirken die Produkte einfach flach. Man braucht ein räumliches Vorstellungsvermögen und das erzeugt so eine leicht seitliche Box. Diese Box ist irgendwie so zwischen 30 und 45 Grad. Aus diesem Bereich kommt es und wirft da hier Licht drauf und hier Schatten. Und da man bei Webstores und Webshops niemals richtig Schatten haben möchte, weil dann in diesem Schatten man das Produkt oder das, was man verkauft, nicht zeigen kann, setzt man sich nochmal ein viertes Licht, was man sehr nah an der Kamera hält, um damit die Schatten aufzuhellen. Das ist dezent, aber man belichtet es deutlich unter. Also es wird sehr, sehr, sehr viel schwacher belichtet. Wenn man uns ein Bild mal gemeinsam anguckt, mit nur dem Bild, dann sehen wir, dass das Bild sehr, sehr, sehr dunkel ist und nicht wirklich so hell wie die anderen Lichter. Also die sind hell, die strahlen sogar so hell, dass sie so um den Körper herumkommen. Klar, wir haben jetzt auch gerade Rahals Fitnessklamotten fotografiert. Die sollen ja auch so ein bisschen Bodiness haben und so ein bisschen Muskeln und Formung. Aber das ist auch hell, bloß das hier ist so richtig dreckig. Da sieht das Bild so schmutzig aus. Aber es soll auch nicht eine neue Charakteristik bilden. Es soll einfach nur ein bisschen aufhellen. Und dann ist es eigentlich fertig. Wir haben hier fotografiert mit Jinbei-Blitzen, mit Aufstückblitzen. Das sind Aufstückblitze, die zugegebenerweise sehr stark sind. Da gibt es auch zum Beispiel andere Hersteller, Godox V1. Diese Jinbei HD2 Pro sind sehr stark. Ich nenne sie gerne Anabol- oder Steroid-Auftückblitze, die eben einen relativ starken Output haben. Und die kommen in diese Halterungen rein und dort eben blitzen die in die Softbox. Und keine Sorge, wenn man dann Zwischendiffuser drin hat, dann füllt der schon diese Softbox aus. Da gibt es vielleicht Möglichkeiten, um das noch mehr in die Ecken zu treiben. Aber da braucht man erstmal keine Angst haben. Es klappt. Diese Blitze werden über einen Fernauslöser gesteuert, der auf die Kamera gesteckt wird. Und die Kamera, das ist noch ein kleiner Trick, die nutze ich gerne eine mit kleinem Sensor. Also keine Volkmart-Kamera. Warum? Diese Blitze sind nicht die allerstärksten Blitze der Welt. Die liegen jetzt bei 80 Wattsekunden. Das ist jetzt eine Zahl, die ich einfach mal sage. Aber normale Produktfotos machen wir oftmals mit 1000 oder sogar mehr Wattsekunden. Also Zehntel von dem, was wir in einem Berufsalltag einsetzen würden. Und da muss ich ein bisschen tunen. Und jetzt kommt der Punkt, je kleiner der Sensor, umso mehr im Bild wird eigentlich bei gleicher Blende scharf. Das ist auch der Grund, warum das Handy so eine digitale Unschärfe braucht. Und große Kameras mit großen Objektiven und großen Sensoren, die machen das sozusagen von Haus aus. Bei einem Webstore ist aber Unschärfe nicht oftmals vonnöten oder überhaupt gewünscht, weil man will ja das Produkt sehen. Und deswegen nutzt man eine kleine Kamera, in dem Fall eine GX9, eine höllische Qualität mit dem Blitzlicht. Und auch völlig genügend für die meisten Sachen bis A3 kann man damit ausdrucken. Vor allem unter dem Aspekt, dass auch das Licht richtig Qualität mit sich bringt. Nicht verwirren lassen. Eine Kamera hat 20 Megapixel, die andere Kamera hat 20 Megapixel, die hat 30. Das ist gar nicht so qualitätsentscheidend wie zum Beispiel das Licht. 20 Megapixel bei perfektem Licht können hochauflösender sein, detailreicher als 36 oder 40 Megapixel. Das ist kein Witz. Das Licht ist mit ausschlaggebend für die Qualität und zwar ganz schön erheblich. Und Blitzlicht selbst ist immer unfassbar scharf, unfassbar brillant und unfassbar qualitätsfördernd. Bedeutet eine GX9, das Kitobjektiv 1260, Blende 5.6 ist so ein klassischer MFT-Wert, ISO 200 und ein 160. Also, ISO 200, nicht 100, braucht nicht, Blende 5.6, ordentlich Schärfe, gerade bei MFT und ein 160, das ist eben die klassische Blitzsynchronzeit, um diese Dinger zu steuern. Und dann muss man einfach nur noch die Leistungen angeben. Wir können ja mal einblenden, was wir hier eingestellt haben. Ich glaube, ich kann mich erinnern, 8.0 war relativ stark. Gruppe A war der Hauptlicht, Gruppe B war die Aufhellung und Gruppe C waren die beiden Lampen auf einer Gruppe. Nicht verwirren lassen, das muss man einmal einstellen und alles gut. Das ist wie bei einem Walkie Talkie. Die haben einen Funkkanal und vielleicht auch noch eine Gruppe. Also alle sind auf Kanal 1 und das ist A, B, C. Und dann kann man am Fernauslöser, den auf der Kamera, einfach einstellen, was man möchte. So, das war's. Und dann kann man richtig, richtig coole Fotos machen. Freigestellte Fotos. Vorweiß. Richtig blütenreines Weiß. Maximale Qualität. Mit ein paar Aufstückblitzen, ein paar Softboxen und ein paar Stativen und ein bisschen Papier im Hintergrund. Also, ich hoffe, dass das Video geholfen hat und nochmals den Wrap-Up, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, wir Berufsfotografen haben noch ganz andere Sachen drauf und sollten ganz andere Sachen drauf haben, als sowas zu machen. Da geht noch mehr. Und ich glaube, wenn man wirklich gut verkaufen möchte online, dann ist man auch irgendwann an so weit, dass man sagt, okay, ich brauche einen Profi, der die Profibilder macht, weil ich möchte Sachen verkaufen. Also bitte, bitte, bitte das Video nicht in den falschen Hals bekommen. Und wenn jemand einen kleinen Webstore hat, ein kleines Produkt, man kann das alles skalieren. Man kann eine Papierholkehle nehmen und muss keine, sozusagen, also, man kann ein DIN A4 oder DIN A1 Blattpapier nehmen und einfach biegen. Man kann die Blitze näher ran machen und dann kann man auch Produkte so fotografieren. Das ist skalierbar in der Größe. Vielleicht schwierig auf Autos. Aber kleiner geht ja immer. So, in diesem Sinne, ich verabschiede mich hier bei Kolob und Gerst. Und wer jetzt Bock auf vielleicht etwas weniger gewerbliche Fotografie hat, der darf gerne auch mal weiter im Blog suchen, scrollen, anklicken, blicken, abonnieren. Dann Glocke setzen und kommentieren. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020